Und da bin ich wieder... Was ist das? Was ist das? Ist das ein Geheimnis? Das ist nur das Geheimnis eines mutilierten Katten! Noch eine Eisenplatte! Noch eine Eisenplatte! Über den Beinschützern geht es nicht! Bei mir wiederholen! Also wiederholen! Wir gehen über die Eisenplatte! Auch einen Feier von der Neusprassung! Angeln, die hier rüberkommen sind! Wir brauchen ja unsere Eisenplatte! Oh shit. So, got everyone a photo done? So, wo ist der Enzo, oder? Zusammenfügen. Feder. Zwei Stöcke. 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 Ja, dann pflanzt er nicht. Oh, ich wollte die Federn, wollte ich die Pfeile, wollte ich da nicht mehr. Oh, ich wollte die Pfeile. So sieht nicht schlecht aus. Zwei Hellpflanzen also da. Ist das aber zwei vielleicht? Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht, was er aufgesammelt hat. Oh, ich weiß nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 hier Was ist das? Was ist das? Gefahrgut haben. Da brauche ich ja eigentlich nichts, weder Fleisch noch Leder, in allem genug. Da brauche ich nicht. So, nur gezäumte. Hoffentlich gibt es nicht noch eine Gewaschung mehr. Nichts. Ich habe ein bisschen andere Sachen als letztes Mal. Ich hatte dann noch ein Rezept für ein Messer-Upgrade. Let me just think for a second. Hmm. Ah-ha! Ask your great buddy Kovac. If he's such a survivor expert, maybe he can... No doubt he's back on his island. Go and convince him to help you. Okay, what's that? Warum sind die Anfangsinseln als einiges erleichter? Ich fahre mit dem Shell-Fix in Gefahr. Ich fahre mit dem Shell-Fix in Gefahr. Ich fahre mit dem Schuss. Ich fahre mit dem Schuss. Ich fahre mit dem Schuss. Oh, oh! 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 Guck! 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 Coco sieht einen neuen, schweigen Schaden. Aber Coco ist da, Angst. Hmm... Na, ich weiß nicht, ob es jetzt kommt... Also so weit war ich dann... ... am ersten Mal und, äh... ... es könnte Zugang zu den ganzen Sparten behalten. Es macht keinen Sinn. Anyway, ich kann euch hier sicher sein. Look what I... Explosive Charges! How am I? I have tested it only once. I wish you had seen it. I turned zombies into millions of people. And now, I have perfected it. Take a bottle. Fill it with gasoline. Add a piece of fabric. Just add some fertilizer and voila! Hey, success! Yes! You're a gifted servant! Caution, my friend. These charges are very powerful. Use them wisely. Very little. By the way, I notice your boat is badly damaged. You can't use it. I wouldn't like you to sink during a trip between the islands. Listen, if you are so sure you want to leave my island, take my emergency boat. It's on the west. Oben ist der... Coco-Auftrag. Den muss ich machen, oder wie? Ähm... Wo hab ich denn anderen? Ich hab da den Auftrag geöffnet. Da war doch ein Symbol auf dem Boot. Die wissen die nicht nicht! Die sind die zu black, die nicht immer noch immer noch nicht. Hier ist ein Symbol im Bereich der Möge. Sieht ein Schildgerad. Sieht sich nicht in den Weg. Sieht sich nicht auf dem Weg. Sieht sich nicht auf die Weg. So, jetzt kann ich da nicht diese Dinge hier sprengen. Das ist ein Teddybär. Sprengköder. 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 Doch, ich hatte im Prinzip natürlich noch welche, aber ich habe keinen Finger mehr. Was hat euch denn noch nicht? Ich bin jetzt hier! Das ist ein bisschen schwer, sondern... Das kam... Ich bin hier. Das ist ein bisschen später. Das ist ein bisschen später. Hey! Es ist dich wieder. Are you here to save me? I don't know who the man is. All I know is that he is evil. Thank you. I didn't see his face, but I heard him. He's a bad person. Why is he so nasty? He must. He told me if I was good, I could see my mom. I think he has her locked up too. I don't know. He said she was on the... Can you go help her? I will wait for you here. Hi. Santa Barbara. Das ist gerade der große Teil. Auf der Karte ist es schon aufgedeckt. Aber das kommt dann nächstes Mal. Bis dann.